Heute, vor fast genau einem Jahr, saß ich hier an diesem Schreibtisch, habe in diese Kamera gesehen und mit Herrn Hans-Georg Maaßen ein Interview geführt. Am 8. März 2023 habe ich das Interview dann veröffentlicht und an dem Tag selbst und den darauffolgenden Tagen insgesamt über 300 Abonnenten verloren. War nicht wirklich schön zu sehen, wie die Abonnentenzahl gesunken ist, ja, das hatte ich auch so noch nie erlebt, vor allem, da man sich ja immer Mühe gibt mit den Videos und eigentlich möchte, dass die Abonnentenzahl hochgeht. Die Kommentare unter dem Video waren auch teils wirklich sehr, sehr abenteuerlich, von super positiven Kommentaren bis zu wirklich Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gingen, sodass ich dann diese Beleidigung auch gelöscht habe. In den Tagen und Wochen darauf wurde ich immer wieder gefragt, warum ich das eigentlich gemacht habe und bis heute werde ich auch immer noch nach dem Interview gefragt und es gibt immer noch Leute, die mir schreiben, fast ein Jahr danach, dass sie deabonniert haben, weil ich mit Herrn Maaßen gesprochen habe. Und eine Frage, die mir auch immer wieder gestellt wird, ist, bereust du, dass du das Interview gemacht hast? Würdest du es nochmal machen? Und ich habe gedacht, jetzt, wo sich das Interview praktisch jährt, ist es eigentlich mal ganz interessant, darauf zurückzusehen und zu überlegen, bereue ich das Interview? Würde ich es wirklich nochmal machen oder nicht? Und ich kann direkt schon mal zu Anfang sagen, ich bereue nicht, dass ich das Interview gemacht habe. Und ja, ich würde jederzeit wieder ein Interview mit Hans-Georg Maaßen machen, ohne Probleme. Und die Gründe dafür möchte ich euch auch mitteilen. Ich bin generell ein Mensch, der nicht unbedingt eine spezielle politische Einstellung hat. Also es ist nicht so, als würde ich mich generell zu den eher Rechten zählen oder zu den eher Linken oder zu den Libertären oder sonst irgendwem. Sondern für mich ist das alles irgendwie in so eine Schublade stecken. Ich gucke mir Themen an, ich gucke mir Probleme an und überlege, was ich für eine sinnvolle Einstellung zu diesen Themen halte, was ich denke, was man gut moralisch und auch mit Fakten und Evidenz irgendwie untermauern kann. Und diese Meinung nehme ich dann für mich an. Und dabei ist es mir vollkommen egal, welche Meinung eine bestimmte politische Richtung oder Person dazu hat. Und das führt dazu, dass ich in einigen Feldern vielleicht eher ein wenig konservativ bin, in anderen Feldern aber auch progressiver. Um euch da mal ein kleines Beispiel zu geben. Mir wird immer nachgesagt, ich bin so ein bisschen konservativer, weil ich mit dem ganzen Gender-Zeugs nichts anfangen kann. Und weil ich zum Beispiel auch dafür bin, dass man nicht unbegrenzt Flüchtlinge nach Deutschland reinlassen kann. Auf der anderen Seite bin ich aber sehr progressiv, was die Energie angeht. Also ich bin der Meinung, wir sollten auch so schnell wie möglich von fossilen Brennstoffen weg. Wir sollten gucken, dass wir regenerative Energien mit neuen Technologien fördern und so weiter und so fort. Und das ist in der Regel eher was, was den Grünen oder den Linken zugesprochen wird und nicht so sehr den Konservativen. Gleich ist auch bei der Stellung der Frau oder dem traditionellen Rollenbild. Bei uns ist es jetzt so, dass meine Frau, die Mayu, ist Hausfrau. Aber es ist nicht so, als würde ich das irgendwie auf sie aufdrücken oder hätte ihr gesagt, ich möchte, dass du Hausfrau wirst. Sondern ich habe ihr immer gesagt, für mich ist alles in Ordnung, solange du damit zufrieden bist. Und sie wollte selber Hausfrau werden. Und deswegen machen wir das jetzt so. Ich beteilige mich auch viel im Haushalt bei der Kindererziehung. Also da habe ich auch nicht die Einstellung, die Frau sollte in der Küche stehen, die Frau sollte sich um die Kinder kümmern oder sonst irgendwas. Sondern ich bin der Meinung, als Mann oder als Vater kann man da durchaus auch Verantwortung übernehmen, sofern es denn geht. Man muss ja auch irgendwann noch arbeiten, um die Familie zu ernähren. Aber da bin ich auch, würde ich sagen, eher progressiv und habe nicht dieses klassische Rollenbild. Sondern bin der Meinung, jede Familie sollte für sich entscheiden, wie sie das handhabt. Wenn eine Frau Hausfrau sein möchte, ist das vollkommen okay. Wenn eine Frau arbeiten möchte, ist das auch vollkommen okay. Jeder sollte für sich in der Familie darüber sprechen. Und dann sollte das Ehepaar für sich eine passende Lösung finden. Ich denke, das macht ganz gut deutlich, dass ich zu verschiedenen Themen verschiedene Positionen habe. Und man jetzt nicht irgendwie sagen kann, ich bin das ein oder das andere. So fühle ich mich auch nicht. Ich fühle mich einfach wie ein Mensch, der nachdenkt und der sich dann eine Meinung bildet. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass meine Meinung die Top-Meinung ist oder so. Sondern mir ist durchaus bewusst, Dinge sind komplex. Ich habe nicht von allem Ahnung. Ich habe nicht so tiefgründige Einblicke in alles. Ich würde sagen, was Japan angeht, kenne ich mich mittlerweile ganz gut aus. Aber auch da gibt es noch total viele Dinge, von denen ich wenig Ahnung habe. Wenn es aber um Interviews geht und darum geht, mit anderen Menschen zu reden, bin ich der Meinung, dass man mit jedem Menschen reden sollte und sich auch andere Gedanken einmal anhören sollte. Ich zum Beispiel habe nie ein Problem damit gehabt, mich mit Leuten zu unterhalten, die eine andere Meinung hatten als ich. Das jüngste Beispiel, sieht man auch hier auf dem Kanal, ist Herr Hundhausen. Herr Hundhausen hat in vielen, vielen verschiedenen Bereichen eine ganz, ganz andere Grundeinstellung und Meinung als ich. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung und ich finde es interessant, mich mit ihm auszutauschen und seine Meinung zu hören. Genauso gehe ich natürlich auch nicht mit allem überein, was ein Hans-Georg Maaßen sagt. Und viele haben in einem Interview bemängelt, dass ich allem zugestimmt hätte. Dieses Nicken, ja, oder dieses Ja, was man sagt oder was ich gesagt habe im Interview, ist nicht unbedingt immer ein Zustimmen, sondern es ist, auf Japanisch nennt man das Aizuchi, und das gewöhnt man sich in der Regel an, wenn man in Japan lebt und mit Japanern zu tun hat, weil die machen das alle und irgendwann übernimmt man das automatisch und wendet das auch in Konversationen an, ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass man seinem Gesprächspartner zuhört. Ich hätte eine Menge sagen können zu den einzelnen Punkten, die Hans-Georg Maaßen teilweise gesagt hat. Ich hätte auch noch eine ganze Menge zu den Punkten sagen können, die Herr Hundhausen in unserem Gespräch gesagt hat. Mir ging es aber nicht darum, meine Meinung jemanden irgendwie aufzudrücken oder super kritisch nachzufragen. Wenn man sehen möchte, wie eine Person im Interview zerstört wird oder wie jemand bedrängt wird, dann sollte man Markus Lanz schauen, denke ich, ja. Der hat das ja wirklich gemeistert, ja. Der haut immer und grätscht immer rein und hört nicht wirklich zu. Sondern mir geht es darum, zuzuhören. Ich möchte hören, was die Leute zu sagen haben. Denn meine eigene Meinung, die kenne ich ja. Die brauche ich ja nicht irgendwie kundtun, die kenne ich. Sondern ich möchte wissen, wie denkt die andere Person, möchte versuchen, mich in die andere Person hineinzuversetzen und die Welt aus ihrer Sicht einmal zu sehen. Und das geht nur, wenn man nicht die ganze Zeit reingrätscht, sondern wenn man wirklich mal zuhört und versucht, die andere Seite zu verstehen. Und das wiederum geht nur, wenn man davon ausgeht, dass die andere Seite genauso ein Mensch ist, wie man selbst. Und als ich die Kommentare zum Interview mit Hans-Georg Maaßen gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass die großen Kritiker Hans-Georg Maaßen als eine Art Dämon sehen, als nicht wirklich ein Mensch, als irgendwie den Teufel, den Satan, der irgendwie für Deutschland nur Schlechtes möchte oder ihnen irgendwas wegnehmen möchte. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und das ist was, was man sich erstmal klar machen muss. In der heutigen Zeit, in den heutigen Medien, werden immer Feindbilder geschaffen. Auch ein ganz, ganz berühmtes Feindbild ist natürlich Putin. Putin wird als der Teufel gesehen. Putin wird als der gesehen, der jetzt irgendwie die Europa einnehmen will oder sonst irgendwas. Und dann muss ich aber einmal klar machen, dass Putin genauso ein Mensch ist, wie wir alle. Der isst auch. Der geht auf Toilette, der trinkt, der schläft, der hat eine Frau, der hat eine Familie. Er hat ähnliche Probleme, wie jeder andere Mensch auf dieser Erde auch. Und ihn zu verteufeln oder als unmenschlich darzustellen, ist eigentlich schon ein Fehler und wird einen nicht wirklich dazu bringen, zu verstehen, was dieser Mann eigentlich will. Und deswegen ist es so wichtig, dass zum Beispiel Leute wie Tucker Carlson auch einfach mal hingeflogen sind und Putin wirklich lange interviewt haben. Damit man mal wirklich hören kann, wie denkt die Person, was sagt sie. Und sowas finde ich persönlich auch immer super interessant. Und deswegen bin ich offen, mit jedem zu reden, sofern es irgendwie um das Thema Japan geht. Mit Herrn Hundhausen haben wir über Klimaanlagen geredet. Er selbst hat eine enge Verbindung zu Japan, deswegen hat das ganz gut gepasst. Hans-Georg Maaßen hat eine japanische Frau, hat japanisches Recht unter anderem studiert, ist oft in Japan auch unterwegs. Und deswegen fand ich auch, dass das ganz interessant ist, mal seine Meinung zu Japan zu hören. Und das Interview war auch, wie ich fand, wirklich in 99% überhaupt nicht politisch. Es kam die eine oder andere Aussage natürlich, die man politisch verstehen konnte. Und ich meine, Hans-Georg Maaßen ist auch ein Politiker. Das heißt, klar, bei Politikern rutscht sowas immer raus. Das machen die den ganzen Tag. Das ist natürlich verständlich. Aber ich denke, mir ist es dennoch ganz gut gelungen, das Gespräch vom Politischen so weit wie möglich fernzuhalten. Und ich habe eine ganze Menge gelernt während dem Interview und fand die Punkte, die er gesagt hat und seine Sicht auf Japan auch ziemlich interessant. Einige haben mir auch sowas wie Kontaktschuld unterstellt. Also gesagt, man dürfe so jemandem wie Hans-Georg Maaßen keine Plattform bieten. Und das ist etwas sehr gefährliches, wie ich finde, und auch etwas zutiefst demokratiefeindliches. Denn man sollte mit jedem erst einmal reden. Und in einer Demokratie geht es darum, dass man miteinander redet, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Und dann sagen die Leute, ja, aber bei Herrn Maaßen ist ja klar, der ist extrem, der ist radikal. Und dann sagen, ja, aber wer bestimmt das denn? Du oder was? Ich kann ja auch einfach sagen, ja, aber aus meiner Sicht bist du der Linksextreme oder Rechtsextreme und ich finde, mit dir sollte man auch nicht reden. Und da ist eben das Problem. Es gibt immer Leute, die dann auf einmal bestimmen, wer jetzt extrem ist und wer nicht. Und die bestimmen dann auch, welche Stimmen Gehör finden und welche nicht. Und das ist eigentlich mehr oder weniger der Inbegriff eines Demokratiefeindes, wie ich persönlich finde. Und noch ein Punkt. Es ist ja nicht so, dass nur weil man mit jemandem redet, auf einmal alle Zuhörer dieser Person hinterherrennen. Jeder Zuschauer und jeder Zuhörer kann für sich alleine entscheiden, wie er zu dem steht, was er da hört. Und es ist nicht meine Aufgabe, meinen Zuschauern, also euch, irgendwie zu erklären, an welchen Personen ihr zuhören solltet, welchen ihr nicht zuhören solltet oder was ihr denken solltet und was ihr nicht denken solltet. Und deswegen mag ich Interviews, in denen man Leuten einfach mal zuhört. Denn jeder kann Hans-Georg Maaßen in meinem Interview zuhören und kann sich ein eigenes Bild davon machen, ob er das gut findet oder schlecht findet. Und ich gebe meinen Zuschauern oder generell den Bürgern und Menschen so viel Urteilsvermögen, dass sie selbst entscheiden können, ob das gerade ein Gedanke ist, der zu weit geht, der da geäußert wird oder nicht. Das muss ich nicht entscheiden, sondern das kann jeder für sich entscheiden. Und deswegen finde ich dieses Argument, der Du darfst dem keine Bühne bieten, auch irgendwie komplett Fehl am Platz an der Stelle. Der Grund dafür, dass wir doch gerade so Probleme in Deutschland haben, dass die Gesellschaft immer und immer mehr gespalten ist, dass die AfD zum Beispiel so an Zulauf gewinnt, ist doch, dass die Leute das Gefühl haben, niemand hört ihnen mehr zu und gewisse Meinungen werden unterdrückt. Das ist doch das Problem. Würde man die AfD mehr in Talkshows einladen, würde man sie einfach nur reden lassen, Würde man das Bashing einfach mal aufhören, dann könnte sich jeder selbst ein Bild machen und jeder wüsste, ob das Gedanken sind, die er möchte in der Politik oder nicht. Und wenn am Ende dabei herauskommt, dass ein Großteil der Bevölkerung das möchte, ja dann ist es eben so. Davon lebt doch Demokratie. Das ist doch der Kern der Demokratie. Aber dadurch, dass man sagt, nein, wir dürfen denen keine Bühne bieten, werden diese Leute doch gerade erst interessant für einen Großteil der Bevölkerung. Weil sie denken, okay, die wollen mir vorschreiben, wen ich zu gucken habe, was ich zu hören habe. Hm, das macht mich aber neugierig. Was ist denn so schlimm an der Meinung, dass sie verboten werden soll? Dann hören sie zu und denken, na gut, so abwegig ist das denn jetzt aber nicht. Vielleicht sind die anderen, die mir das verbieten wollen, ja total daneben. Versteht ihr? Dadurch entstehen die Probleme doch gerade erst, die wir jetzt in Deutschland haben. Und deswegen würde ich das Interview auch jederzeit wieder machen, weil ich der Meinung bin, es ist wichtig, Leuten zuzuhören. Jeder kann sich eine eigene Meinung bilden, wenn er das Interview hört. Und jeder ist auch schlau und erwachsen genug dafür. Ich persönlich muss hier auf dem Kanal niemandem vorschreiben, was er zu denken hat und was nicht. Das könnt ihr für euch alleine überlegen, genauso wie ich das für mich alleine überlege. Und noch eine Sache am Ende, die mir so ein bisschen auf der Seele brennt. Ich habe in den Kommentaren auch sehr viele Behauptungen über Herrn Hans-Georg Maaßen gelesen und ich kann euch versichern, vor dem Interview habe ich mir eine Menge, Menge Interviews mit Hans-Georg Maaßen angesehen und ich habe auch ein bisschen mit Kritikern diskutiert dann und die haben mir auch Links zu Quellen geschickt und diese Quellen, die mir geschickt worden sind, waren ausnahmslos immer Zeitungsartikel, die über Hans-Georg Maaßen geschrieben haben. Und das wurde dann als Beleg für seine zum Beispiel angeblich antisemitische Einstellung genommen, die er meines Erachtens nach nachweislich auch überhaupt gar nicht hat. Das Problem dabei ist folgendes, wer schreibt Zeitungsartikel? Irgendwelche Journalisten. Ich könnte zum Beispiel jetzt auch einen Zeitungsartikel oder einen Blog-Eintrag oder sonst irgendwas über Hans-Georg Maaßen schreiben, einfach irgendwas behaupten und das online stellen. Und dann nimmt irgendwer das als Quelle. Das ist so ungefähr das Level, auf dem diese Quellen agieren. Ich plädiere immer dafür, sich aber die Primärquellen anzuschauen. Also was sagt Hans-Georg Maaßen denn wirklich? Was kommt aus seinem Mund? Und er hat eine Menge an Interviews ja mittlerweile gegeben. Er hat auch eine Menge an Vorträgen gehalten, die gibt es auch online zu sehen teilweise, von der Zeit, bevor er überhaupt so in der Kritik war, als er noch Chef beim Bundesverfassungsschutz war. Und das sind auch ziemlich interessante Vorträge. Und ich finde, wenn man sich die Interviews anguckt, dann merkt man, dass er alles andere als rechtsextrem ist, sondern dass er einfach Probleme mit gewissen Dingen hat, zum Beispiel den hohen Flüchtlingszahlen und den Rechtsverstößen, die dort getätigt werden. Hans-Georg Maaßen ist ein Jurist am Ende des Tages. Und Hans-Georg Maaßen hat, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber auch maßgeblich die Gesetze mitgestaltet für die Aufnahme von Flüchtlingen und generell die Aufnahme von Ausländern in Deutschland. Deswegen kennt er diese Gesetze ziemlich gut und weiß auch, wann die schiefgehen, falsch interpretiert werden oder gebrochen werden. Und das ist ja genau den Punkt, den er immer wieder macht, dass dort mit den hohen Flüchtlingszahlen, die nach Deutschland gelassen wurden und werden, eben Rechtsbrüche gemacht werden. Und wenn man sich die Argumentation anhört, dann ergibt das durchaus Sinn. Natürlich kann man sagen, das ist eine Notlage mit den Flüchtlingen, wir müssen trotzdem mehr aufnehmen, auch wenn es ein Rechtsbruch ist. Und die Diskussion kann man mit Sicherheit führen, denke ich. Aber man sollte sie auch ehrlich führen und nicht versuchen, einen Hans-Georg Maaßen in diesem Fall ad hominem, das heißt beleidigend oder in die Schublade steckend als Rechtsextrem oder so, dort aus der Diskussion auszuschließen. Deswegen schaut euch am besten das an, was die Leute selbst sagen und schreiben und nicht das, was irgendwelche Journalisten über andere Personen schreiben. Wenn ihr was über mich wissen wollt, schaut ihr einfach meine Videos, versucht genau zuzuhören und versucht zu verstehen, was ich sage. Da braucht ihr auch nicht irgendwie einen Journalist, der in der Zeitung einen Artikel über den Kevin schreibt. Ihr habt ja meine Videos. Genauso wie ihr die Vorträge und Interviews von Hans-Georg Maaßen und ganz, ganz vielen anderen politischen Personen habt. Und das ist irgendwie auch so ein Trend in Deutschland, dass man einfach immer irgendwelche Zeitungsartikel verlinkt und dann der Meinung ist, das ist die Realität, was in diesen Zeitungsartikeln behauptet wird. Was viele gar nicht mitbekommen ist, dass diese Zeitungsartikel auch hinterher oft von den Personen, über die geschrieben wird, angefechtet werden, vor Gericht auch und diese Personen oft Recht bekommen. Nur bekommt dann kaum einer mehr mit, dass dieser Artikel zurückgenommen worden ist, korrigiert worden ist oder sonst irgendwas, weil einmal ist er viral gegangen und im Gedächtnis ist der Leute schon drin. Nun gut, das soll es dann auch gewesen sein. Ich habe gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, da mal so drüber zu sprechen, wie ich das genau sehe, jetzt ein Jahr nach dem Interview. Wie gesagt, das Interview war für den Kanal nicht ganz so förderlich, könnte man sagen. Ich habe, wie gesagt, einige hundert Abonnenten dadurch verloren. Ich denke aber, dass die Leute, die gegangen sind, wahrscheinlich sowieso nicht richtig waren hier auf dem Kanal. Denn bei mir geht es darum, frei zu denken. Bei mir geht es darum, Japan zu entdecken, aber nicht nur Japan zu entdecken, sondern auch so ein bisschen das Leben. Das Leben und Selbstentwicklung spielt bei mir auch eine große Rolle und die findet bei mir natürlich auch vor allem in Japan statt. Und es geht halt eben auch mal darum, ein bisschen out of the box zu denken und Dinge von verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Ansonsten kann man eine Gesellschaft und eine Kultur und die Geschichte eines Landes auch nicht verstehen, denke ich. Man muss frei und offen sein für neue Gedanken und neue Sichtweisen. Ansonsten geht das nicht. Und die Leute, die da gegangen sind und deabonniert haben, nur weil ich ein Interview mit einer Person gemacht habe, die nicht gefallen hat, zu Japan dann auch noch. Es ging ja im Interview gar nicht um Politik. Die waren hier, glaube ich, von Anfang an sowieso nicht ganz richtig. Und ich denke, dass diese Leute auch das eigentliche Problem sind in der Gesellschaft. Aber was soll man machen? Man kann nur gucken, in welche Richtung das Ganze geht. Und ich würde mir sehr wünschen und ich hoffe sehr, dass Deutschland da nochmal die Kurve bekommt und vielleicht in eine etwas positivere Richtung geht. und wir alle an einem Strang ziehen können. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Interview mit Hans-Georg Maaßen fandet. Vielleicht habt ihr es auch noch nicht gesehen. Ich habe es in der Videobeschreibung verlinkt. Dann schaut gerne nochmal rein. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung. Da könnt ihr mich und meine Arbeit unterstützen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.